Hallihallo, werte Freunde, hier ist euer Eigi und der Ösi hat sich Unterstützung geholt, nämlich den Ossi. Ich darf recht herzlich vorstellen, Jojo von Wary & Tees. Grüß dich, Jojo. Krise. Krise? Ja, Krise. Okay. Oder küss die Hand. Küss die Hand, schöne Frau. Grüße, grüße. So, wir probieren da jetzt einfach mal eine Online-Kampagne. Ach ja, wir spielen übrigens Saints Row 4, falls ihr das am wunderbaren Hintergrundbildschirm noch nicht erkannt habt. Wollen wir mit Friendly Fire spielen? Ich glaube eher nicht, oder? Lustig wäre es, aber ich glaube, da würden wir permanent sterben. Alter, da kommen wir über die erste Mission nie raus. Okay, pass auf. Online. Mit einem Freund spielen. Keine Spiele gefunden. Wir sind Freunde? Sehen wir nicht, das ist aber blöd. Steam-Spielersuche. Was? Nein, das will ich doch gar nicht. Alter. Online. Fängt gut an. Neues Spiel. Normal. Jetzt startet die Sau einfach das Spiel. Super. Das verstehe ich jetzt nicht. Es kann aber sein, dass der gleich eine Abfrage bringt. Ich weiß es nicht. Ach ja, jetzt, jetzt. Freund, einladen. So. Freund, einladen. Yippie. Nein, nein. Da ist er. Spieleinladung geschickt. Spieleinladung angenommen. Na. Jetzt muss erstmal die Verbindung hergestellt werden. Y-Ranties möchte, möchtest du ihn mitspielen lassen? Nein, ich habe ihn eingeladen, nur um ihn zu trollen. Natürlich nehme ich an. Das traue ich dir sogar zu. Ach, komm. Spieler rauswerfen. So, fertig. Ich glaube, jemanden würdest... Es gibt eine Person, die würdest du auf jeden Fall trollen. Ach. Nun gibt es ein paar. So. Kopspiel Schettarten. Schettarte das Spiel. Kommt jetzt Intro, oder müssen wir Fresse halten? Ich glaube. Das ist ein. Schst. Es ist eine Wahrheit, die Universität gewählte, dass immer wieder eine Situation entsteht, die die Explanation hat. Und so ist es mit der Ascension der 3. St. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 We gotta move! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? So, jetzt aber. Hallo. Hallo. Noch sehen wir ziemlich gleich aus. Schauen wir mal, ob wir in der ersten Folge schon so weit kommen, dass wir unsere schönen Leute erstellen. So, ich mach mal den ersten. Ich hoffe es mal. Okay, Doki. Hoi, boi, allahm, 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 und zack, Gesundheit. Taschentuch ins Gesicht, Spaßschock. Ein sehr, sehr scharfes Taschentuch. Oh, kann ich gar nix machen. Los, Alter, beweg dich. Mach was. Nice ass, baby. Get my back. Get my back. Okay. That's what she said. Da, 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 da. Woah. Ich bin ein bisschen explosiv hier heute. Hehehe. Okay, da geht's. Ja, wei, brenn mir noch vor den Linsen. Hehehe. Haha, hohen Schuss. Hohenschuss. Haha. Hohenschuss. Einfach durch. Ja, okay. Genau so wollten wir das. Genau, dass wir fast drauf gehen bei der Sache. Mann, was er sich jetzt anscheißt. Über all diesen... Keine Ahnung. Was soll man das tauchen? Terroristen? Dschihadisten? Piers, komm mit mir. Auf jeden Fall Leute, die gerne Atommüll sammeln. Ja. Die Menschen die gerne strahlen. Ein strahlendes Beispiel. Ja, absolut. Kabu. Das krach, meine Freunde. Ui. Ja, was ist denn das Wort ist? Meine Fresse. Hehehe. Jetzt beworfen wir die Linse. Hehehe. Er ist reload. Uh, Sniper. Hab ihn. Sehr schön. Wieso kannst du schon sprich... Ah. Cool. Ja, wenn ich den Fall... Ja, haha. Controller, mein Freund. Controller. Ja, stimmt. Dabei was. Piers, geh aus dem Weg. Hör, du kenn. Äh, äh, äh. Immer auf die Hoden. Ehrlich? Ich schieße die ganze Zeit auf die Eier. Oh, das war fies. Der cheatet da. Okay, so geht's auch. Eine kleine Affäre mit der Wand. Schön geknutscht. Wo ist das Arschloch? Wo? Achso, da waren wir. Da ist jemand sehr schnell hinterher gekommen. Ich glaube, das wirst du übernehmen. Ja, das geilste ist nur, er ist bei mir gerade in der Wand. Ah, hier steckt er gerade den Boden fest, ja? Ja, jetzt ist er da. Na, komm mal her. Messer, Joni. Das ist wie im Kino für mich gerade. Besser als jeder Terminator-Film. Was passiert? Stirb, Arschgeige. Warum noch immer die Lava jetzt gerade blau geworden ist. Keine Ahnung. Okay, gut. Und warum ich auf einmal da rumliege. Oder auch nicht. Ja, was denn? Lauf halt. Wer ist erst, der da ist? Der überlebt und darf weiterspielen. Spring! Awww. Kann ich sagen, steuere ich das jetzt oder stoßt du das jetzt? Bei mir wird ja auch angezeigt alles. Ich habe keine Ahnung. Du drückst noch irgendwelche Knöpfe? Ich drück nur nach oben. Okay. Wer weiß. Ist egal, ich bin der Spider. Ja, da haben wir beide wenigstens was zu tun. Das ist aber nett. Ja. Wie nett. Ich bin da mal weg. So kann ein Spiel doch richtig beginnen. Mhm. Ja, so lässt es sich leben. Ja. Jo, erste Mission in the books. Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Yeah. Präsidentschaft freigeschaltet. Benjamin motherfucking King. Kieft David. Brauchen wir nicht. Bereit für diesen Player. Player. Hat ja damit zum tun, dass er dich früher immer Player genannt hat. Ja, gut. Ja, aber das noch so halbwegs im Kopf hat dann. Ja, war ja die Stimme vom Gangleader im ersten Teil damals. So. Okay. Direkt erstellen. Oder machen wir da jetzt mal einen auf... Ich mach da jetzt mal einen auf Standard, damit wir weiterkommen. Und dann, hätte ich gesagt, erstellen wir dann erst. Ja, jetzt wählen wir im Endeffekt erstmal einen Standard aus. Und wir können den, glaube ich, dann sofort weiterentwickeln. Die Frage ist... Männchen oder Weibchen? Männchen oder Weibchen? Hm. Ja gut, man kann ja Gott sei Dank noch alles ändern nachher. Hm. Also ich hab jetzt schon ausgewählt. Und von hier aus kann ich ja anfangen. Hm. Ich nehm jetzt einfach mal den Standardtypen. So. Ja gut, die Sichtmerkmale ist schön und gut. natürlich der Sex Appeal Slider ganz hoch, weil wir sind ein wohl ausgestatteter Mensch. Haha. Alleine, dass es den Sex Appeal Slider gibt, das ist schon... Das ist schon fail. So, pass mal auf. Eine andere Frisur. Oh, das schöne Elvis Tolle ist doch nett. Oh, warum nicht? Ich würde grad sagen, Kleidung konnten wir nicht auswählen. Das war's doch bevor definiert. Ja, fürs erste Mal, ja. Oh, der Führerbart. Pornobalken. Pornobalken und Elvis Tolle passen gut zusammen, oder? Ja, bestimmt. Ich muss erst mal mehr noch auswählen. Ähm. Mit Augenbrauen dazu. Gott. Wie gesagt, ich geh da jetzt noch nicht so krass ins Detail rein. Das können wir da nachher noch machen. Das Wesentlichste mach ich schon. Charaktergalerie, Persönlichkeit. Genau. Das passt. Komplimentgeste. So. Was ist gut für mich? Oh, ich fühle mich gut. Natürlich. Michael Jackson Tanz. Was sonst? Sportgeste der Nature Boy. Ja gut, der Körper ist mir jetzt fürs erste Mal egal. Vielleicht noch einen übertriebeneren Bart. Oh Gott. Der Balbo. Ne. 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 Der Monsieur. Der Monsieur ist auch sehr schön. Ne. Ne. Wir nehmen den Porno-Balken. Der ist schon okay. So. Oh Gott. Okay. Ich bin soweit. Ich geh mal auf. Ich geh mal grad sagen. Ich geh auf Spiel starten. So. Jetzt bin ich gespannt auf deine Blitzkreation. Na gut, jetzt sieht man erstmal seine eigenen. Ja. Ich komm mit meinem eigenen Charakter grad nicht klar. Ich komm mit dem zurück. Ich komm mit 20 Punkten. Ich versuche, dass das ein bisschen höher ist als erwähnt. Also, du sagst, dass du ein Problem hast? Nein. Du sagst. Du bist der Kommunikationsdirektor. Mach es das. Kannst du mir 100% der Arbeit? Nein. Kannst du mir 100% der Arbeit? Nein. Dann bin ich nicht. Dann bin ich in Trump. King, kannst du das Naysayer assassineriert? Nicht, wenn du es publisch sagst. Wie viel Spaß ist als Registrier? Wir haben ein Land zu fahren. Spaß ist nicht Teil der Umgebung. Wo ist ein Septik-Truck, wenn du einen brauchst? Mhm. Der Tiger ist supergut. Komm mal Keith, mach etwas Gute-News. So, mal kicken. Echt jetzt? Echt jetzt? Ah komm, dieser High. Aber ich muss sagen, wir passen gut zusammen. Wir sind ein schönes Pärchen. Der hat zwar ungefähr 40 Jahre Unterschied? Oh ok. Aber solche Hupen kriegst du nie wieder. Ach du Scheiße. Die Stimme muss man noch bloß dazuhören. Wir haben jetzt genug Klaut für eine große Bedeutung. Nicht beide. Was möchtest du, mich anwenden? Willst du der Präsident, der Kanzer hat geklärt? Oder der Präsident, der der Welt-Hunger löst? Äh. Äh. Krebs heilen oder Hunger ausrotten? Was heißt die Titel? Fuck cancer, lass sie Kacke essen. Fuck cancer. Der Kanzer hatte eine gute Runde. Aber es ist Zeit, die es runterladen. Eine gute Wahl. McKinsey hat die Presse unter Kontrolle. War das gerade deine Stimme? Hahaha. Oh Gott. Wenn du denkst, du kannst deine Agenda über den Kongress, dann bist du in für eine rote Erwachsenung. Hörst du mich? Jetzt lass ich dir etwas über die größte Worte in der Politik. Filibuster. Hm 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 hm. Ja. Lass mich zu reden. Hahaha. Hey Doris, sind wir noch für Tennis? Ja, es kommt, es kommt vom Kuxen. Hahaha. Ach du heiliger. Hörst du dich? Hörst du dich? Ja. Fick dich. Haha. Den mag ich ja keiner. Ne, weg ich mich nicht. Ich mag Oleg. Ich mag Oleg. Ah, ohne Scheiß. Nice work Oleg. Hahaha. Kann mich noch an die drei damals erinnern? Hahaha. Ich mag Oleg. Ah, herrlich. 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 Schon ER journalier. Ah, cool. Ah, wow. Ah. Ah, malen atmosphere dezent Übertje. Ah, malen necessarily. Ah, was du zu. Ah, also war's subsequent. Tja, ist bei sie sk soutenigend. Puke man? Dein Geist, mein Lieber. Ich bin Zinyak. Freut mich, dich zu treffen. Würdest du mich für einen Rennen einladen? Komm! Geh weg! Gehen fest. Boots! Alter! Lass mir die Eier abgerissen. Wo ist Matt? Ich versuche, was passiert. Oh ja, Waffen. Ich hoffe, ich darf auch noch welche mitnehmen. Ja, es liegen zumindest zwei da drauf. Ich sehe es gerade. Aber ich glaube, meine hat sie automatisch aufgenommen. Finde ich gut. Finde ich Rufflinde mitnehmen. Die ist aber scheiße. Ne? Ich sehe hier gar nichts mehr. Gut zu sein, der Präsident. Geh, Aliens! Motherfucker! Scheiße! Was ist passiert? Piers, Bid. Wir müssen gehen. Scheiße! Schau uns jetzt! Scheiße! Schau mich! Wie ist denn selbstsüchtig, der Kerl? Ach, geh. Und Boots! Ach, drauf geschissen! So! Komm her da! Uuuuhu! Uuuuhuuu! Tell my wife I had another wife! Sehr gut! Ja, auf jeden Fall ist er ehrlich. Naja, auf jeden Fall ist er ehrlich. Naja, nein. Naja, nein! Oh nein! Oh nein! Matt! Halt auf mich! Awesome! Matt! Gott! Gott dammit! Und weg waren sie! Und weg waren sie! Jetzt sieht man sich bloß nur durchs Bild springt! Totgeclosed land! So, was jetzt? Licht! Oh Gott! Es ist so hell! Burt to Ernie! Burt to Ernie! Burt to Ernie! Haha! Let's do this, you beautiful thing! Yippee! I'll shoot down every last one of you! You stole my crew! You took my cabinet! You took my cabinet! Ja, come on! Ich wollte gerade sagen, triffst du überhaupt? This is for Lady Liberty! This one's for Uncle Sam! And this one's just because I want to! Haha! Okay! So close! Hui! Eine kleine Armee hat aufgetaucht! What? You... Luida! Ich wollte gerade sagen, wenn sie kommen, was sie hochgejagt haben. Aber sie haben es hochgejagt! Jaaaaaaah! Haha! Da rastet einige aus! Hell yeah! Yipps! I love run, okay! Super busy! lance Dubu holding in chat! Das schimbot unter dem was ist der Nylikoibile aborar... No- Eule noch! Is das richtig? Na na ja! Das alles kackisch auspility! Ich muss drauf Das ist ein Charakter, was dir zu beschaut aus. Sowas Unfaires. Das ist ein Headbutt. Das ist ein Headbutt. Du hast einen Attack. Bravado mich zu Ende? Ich werde Spaß machen, dich zu machen. Ah, toll. Hey. Versaut hast du es. Ah, genau, weil ich da auch so viel dafür konnte. Absolut. So, wir haben eine halbe Stunde. Es ist eine schöne Zeit, um hier mal die erste Folge zu unterbrechen. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Saints Row the fourth. Also Saints Row 4 ne? Jojo verabschiede dich. Tschüss! Tschüss! Sehr gut, so.